Und an der ersten Ecke steht schon ein Feuermälder. Die Gruppe Grazer grünt Luft was vom Berg. Ein dicker Döner verliert Tomatenschein. Ausgelassenes Treiben, wie man kennt, der Boxi brennt. Meine Damen und Herren, entfernen Sie sich aus Friedrichshain. Nein, kommen Sie lieber rein, liegt die Hand, es brennt der Boxi brennt. Sie haben ihn alle erkannt, meine Damen und Herren. Einstos an der Gitarre. Und in den Flammen ruzeln die Sushi-Pieße, scharfe Soße tromsten vom Kinn. Die paar Penner aus den Bänzen denken, Leergut für alle. Außer Kalle mit den Hälzern und den Grinsen hinterm Hemd. Der macht sie rein. Wooh!